Willkommen zu diesem neuen FileMaker Video. Mein Name ist Carsten Risseo, der Firma Coursive. Ich entwickle FileMaker Lösungen und entwickle auch Tools für FileMaker Entwickler. Und in diesem Video geht es um eine brandneue Version von FileMaker, die FileMaker diesen Monat, Mai 2018, herausgegeben hat. Gerade erschien FileMaker Pro 17 und zwar gibt es ab heute nur noch die Pro 17 Advanced Version. Es gibt also nur die Entwicklerversion, nicht mehr die Standard FileMaker Pro Version. Man hat also eine Verschiedenheit an Versionen zusammengebracht. Es gibt nur noch ein Produkt. Und das ist viel einfacher in der Handhabung, ist allerdings für diejenigen, die FileMaker Pro hatten, jetzt auch etwas teurer geworden. Es lohnt sich aber trotzdem, weil viele ja selbst mit FileMaker arbeiten. Es gibt nur noch die FileMaker Pro 17 Advanced Version und darin gibt es eine ganze Reihe interessanter Neuerungen, von denen ich Ihnen heute eine Neuerung vorstellen möchte, und zwar die Master Detail Ansicht. Das möchte ich Ihnen jetzt gleich anhand einer Datei vorführen. Ich habe mir eine kleine Beispieldatei zusammengestellt. Es gibt 3000 Datensätze in dieser Datei und es gibt zwei Layouts. Das ist hier diese Listenansicht, worin ich all die 3000 Datensätze sozusagen sehen kann. Und es gibt noch eine Detail Ansicht, das ist hier einfach ein Datensatz, darin alle Felder etwas großzügiger. Und ich hätte jetzt gerne, und das ist etwas, das es sehr viel und sehr häufig benötigt, an der linken Seite eine Auswahlliste, eine Auswahlliste, woraus ich dann andere Datensätze sehen kann. Das ist mit Tricks schon lange möglich, aber man musste dafür Relationen machen, neue Tabellen auftreten, erstellen. Das war alles ganz aufwendig und heute geht das ganz einfach und zwar mit den eigenen Bordmitteln von FileMaker. Wir wechseln dazu in den Layout-Modus, wählen das Werkzeug, womit sich Ausschnittreihen aufziehen lassen. Mit Click und Drag kann ich hier eine Ausschnittreihe aufziehen und der Bezug ist jetzt zur aktuellen Tabelle SampleData. Also das ist jetzt hier die Tabelle, die ich nutze mit den 3000 Beispieldatensätzen. Also keine Bezugstabellen, sondern einfach die aktuelle Tabelle. Das ist eine Neuerung und ich kann jetzt einfach dies einfach so bestätigen. Dann kann ich hier noch zwei Felder zum Beispiel hinüberschießen und die erscheinen dann in dieser Ausschnittreihe. Und das war es eigentlich auch schon. Ich kann jetzt einfach zurück in den normalen Browse-Modus und ich habe jetzt hier eine Liste und wenn ich dann irgendwo auf diese Liste klicke, dann habe ich in dieser Ausschnittreihe die eigene Tabelle dargestellt und kann hierhin auch ganz einfach navigieren. Es gibt aber noch mehr. Diese Master-Detail-Ansicht, die ist ja so gut eingebunden, dass jetzt auch ganz allgemeine Funktionen, die auf dem Layout sichtbar sind, also auf einfachste Art ohne Programmieren, wie zum Beispiel dieses Suchfeld, genutzt werden können. Also wenn ich hier zum Beispiel nach Matthias suche, dann habe ich hier automatisch eine Auswahl aus Matthias. Ich sehe hier oben, dass das 28 aus insgesamt 3000 Datensätze sind. Und ich kann jetzt hier einfach mit der normalen Suchfunktion kann ich hier dann eine Auswahl machen und darin dann herumstöbern. Ich kann natürlich auch dann wieder sagen, alle anzeigen. Das sind ja alle Funktionen, die ganz normal zur Verfügung stehen. Ich kann sie auch skripten, ich kann sie auch im Layout intuitiver einbinden. Aber es sind die Standardfunktionen von FileMaker Pro 17 und die sind jetzt so einfach, dass man eigentlich diese automatisch einsetzt, wenn man es einmal entdeckt hat. Ich glaube, das ist eine wunderbare Erweiterung für die tägliche Arbeit und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.